Ausgabe 91 Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith Top-Präne-Tipps aus den USA Herzlich willkommen zum neuesten Podcast. Ganz spannende Tipps wieder heute mit Thomas und mir. Mein Name ist Bruno und legen wir gleich los. Denn heute geht es um einen Weltmeister, Rhetorik-Weltmeister, Darren LeCroix. Thomas, das ist ein Kollege von dir. Du bist Europameister in der Rhetorik. Ich möchte das hier gleich erwähnen. Also der Mann ist ebenbürtig mit dir, oder? Weltmeister ist dann schon noch eine Stufe höher. Okay, ich möchte dir da nur sagen... Aber danke dir, dass du das so in den Raum stellst. Ja, der ist sehr gut und von dem kann man sehr viel lernen. Das ist ganz ohne Frage. Okay. Und eines davon ist, dass er empfiehlt, so viel zu reden wie möglich. Sein früheres Mantra war Stage-Time, Stage-Time, Stage-Time. Also Zeit auf der Bühne verbringen, so viel du kannst. Und wenn es auch ohne Honorar ist. Das ist jedes Mal eine gute Übung. Du kriegst jedes Mal Feedback. Das ist eine super Sache. Und jetzt hier im grösseren Dunstkreis hat er da den einen oder anderen Tipp, den er uns weitergibt. Sehr schön. Das führt uns nämlich genau in die Thematik rein. Das ist ein Thema, Reden ohne Honorar. Da bin ich mal gespannt. Er hat uns Tipps mitgebracht. Warum soll man reden ohne Honorar? Hast du das auch schon gemacht, Thomas? Bevor wir da jetzt eintauchen? Ja, unbedingt. Ich meine, wenn du anfängst zu reden, kannst du meistens nicht gleich ein Honorar verlangen. Wenn du einfach zu wenig Erfahrung hast, geschweige denn, ein Nobody wird auch selten eingeladen. Ja. Und von daher ist es gut, mal zu üben, Bühnenerfahrung zu kriegen. Wie ist das, an seiner Rede zu schleifen, Feedback abzuholen, zu schauen, was kann man noch besser machen. Genau. Das ist ganz wichtig. Hier nur unterstreichen, so geht es mir auch. Und dann lass uns starten in den ersten Tipp. Ja, er hat sich weiterentwickelt. Also er macht nicht nur Coachings, sondern hier der erste Tipp geht. Eben auch in eine zusätzliche Richtung. Und zwar, dass man nicht alles selber machen oder auch versuchen soll. Man muss nicht alles selbst herausfinden, nicht das Rad alles selber erfinden, sondern folge einem Prozess, der funktioniert. Im Prinzip ist das anwendbar auf jedes Gebiet. Und hier in diesem Fall, dieser Podcast hat ja als Motto, dass einem das Geschäftsleben einfacher fällt, damit man mehr Business machen kann. Und deren Strategie, um mehr Business zu machen, bestand darin, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die in jedem Bereich die besten sind. Also es ist genau so, dass ich jetzt mit dir diesen Podcast aufnehme, Bruno. Mit einem Top-Speaker in der Branche mache ich etwas zusammen. Das ist von daher genau dieselbe Strategie. Oder wenn ich jetzt da so eine kleine Videoserie rauslasse, dann habe ich eine Top-Beraterin, Expertin für Pitches gewählt, die sich da bestens auskennt, jahrelang darauf gearbeitet hat. Und damit das funktioniert, musst du natürlich ein Mensch sein, mit dem die anderen Geschäfte machen wollen. Genau. Also damit diese Besten dann auch mit dir zusammenarbeiten wollen, musst du entsprechend auch etwas mitbringen an den Verhandlungstisch, wenn man so will. Und hier ist empfiehlt er, der Mensch zu sein, der Geschäftsmann, die Geschäftsfrau, mit dem sie in Verbindung treten wollen. Und es ist erstaunlich, dass es in unserer Welt so viele schlechte Perfektionisten gibt. Und es gibt viele Leute, die keine Fristen einhalten können, die nicht zurückrufen können, obwohl sie es sollten. Sie verpassen den Telefontermin. Ja, da fehlt ein bisschen das Unternehmergehen, sage ich immer, das Pflichtbewusstsein. Ist erstaunlich, in der Tat. Und vieles davon ist wirklich einfach. Ja gut, wer das gelernt hat, der offenbar fällt es ja denen, die es nicht machen, nicht so einfach. Aber da hat jemand einen Bärendienst denjenigen erwiesen, die das nicht können oder die das nicht wollen. Ja, also probiere immer, der Favorit von diesen Personen zu sein, der Favorit derjenigen, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Und mit der Zeit erwirbt man sich deren Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Ich war ja jahrelang Präsident von verschiedenen Rhetorik-Clubs. Und dort habe ich auch gesehen, im Vereinsleben, das ist ein Verein, ja, es waren Vereine, ich bin immer noch dabei, aber nicht mehr in leitender Funktion. Und da habe ich einfach gesehen, wie schlecht und unzuverlässig viele Leute arbeiten. Oder eben nicht arbeiten. Da habe ich gesagt, was? Und wenn da mal jemand gefragt hat, hey du, hast du jemanden, der mir das oder jenes auch gegen Bezahlung machen könnte, war oft so, puh, ich weiss schon, wer da unterwegs ist, aber der hat so schlecht bisher gearbeitet im Verein, den kann ich nicht empfehlen. Das ist bedauerlich, wenn man es jetzt hört, gell? Ja, und er ist erstaunlich, das ist so was, der hat doch das zugesagt, dann muss man doch da mitmachen. Naja. Deshalb hat sich Darren eben darauf konzentriert, die Person zu werden, mit dem andere Leute zusammenarbeiten wollen. Sei zuverlässig, sei glaubwürdig, mach die Dinge, mach sie gut, dann wollen die mit dir arbeiten. Ja, und das bringt dich weiter. Damit du ein Produkt oder eine Dienstleistung entwickeln und verkaufen kannst, müssen wir uns die Menschen in unserem Markt ansehen. Das ist der nächste Gedanke. Also wir müssen überlegen, wenn wir etwas anbieten wollen, wer ist unser Zielpublikum? Wollen die das wirklich? Ja, das ist eine wichtige Frage. Wollen sie das wirklich, weil es eben in die richtige Richtung dann geht? Ja, hoffentlich. Manchmal ist es natürlich schwierig, weil die Leute wussten ja nicht, dass sie einen Fernseher haben wollen, bevor sie kamen. Ja. Oder ein Auto. Also dieser Tipp ist berechtigt, aber natürlich auch nicht immer anwendbar. Das ist übrigens bei allen Tipps so. Man findet auch manchmal Gegenargumente. Es gibt solche, die hier interviewt werden, die argumentieren in die eine Richtung und dann kommt der nächste und der argumentiert in genau die andere Richtung. Also da muss man auch mitdenken, ja, was stimmt für dich selbst? Es ist nicht so, dass das alles der Weisheitslöffel ist, den man da einfach einnimmt und dann ist alles gut. Ein bisschen mitdenken, ausprobieren, schauen, was auch für einen und seine potenziellen Kunden stimmt. Wenn man aber dann diesen Weg gefunden hat, dann lohnt es sich, einen Schritt-für-Schritt-Prozess zu entwickeln, der deinen Kunden hilft, das Ziel zu erreichen, das du mit ihnen oder bei denen identifiziert hast. Also die haben ein Ziel und du gibst dir einen Schritt-für-Schritt-Prozess mit, sodass sie das Ziel erreichen können. Also da sagen wir, ja, wie kannst du deine erste Million erreichen? Ich denke, es gibt einige, die sich das als Ziel gesetzt haben, ein finanzielles Ziel und jetzt hier der Kurs, das Material, was du entwickelst, muss dann ein Schritt-für-Schritt-Prozess sein, wie sie dahin kommen. Genau. Oder wie willst du abnehmen? Wie willst du glücklich und gesund sein? Und so weiter. Irgendein Prozess dann eben aufbauen, um den Menschen zu helfen, das Ziel zu erreichen. Genau. Oder jetzt gerade läuft die Olympiade. Ja, wie kannst du an der Olympia die Goldmedaille holen? Ja, das ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Da musst du eben Schritt-für-Schritt gehen, damit du dann irgendwann mal so weit bist, dass du Chancen hast, diese Medaille zu kriegen. Ja, und in das investieren natürlich jetzt die Leute, weil die möchten ja die Lösung haben. Genau. Die wollen ja dieses Ziel erreichen. Genau. Und da hilfst du ihnen eben bei dieser Transformation, bei dieser Veränderung vom jetzigen Zustand in diesen Wunschzustand. Mhm. Dann gibt er den Tipp von wegen, und hier macht er den Bogen zu, reden ohne Honorar. Mhm. Das Reden vor Publikum, auch wenn es ohne Honorar ist, ist die Möglichkeit, eine Kontaktliste aufzubauen. Mhm. Und zwar eine Liste von Namen, die sich für dein Thema und dich interessieren, um ihnen später irgendwann mal was zu verkaufen. Ja, ist so. Aber diejenigen, die sich auf deine Liste setzen lassen, sind an deinem Thema interessiert und sie finden dich relativ gut, sonst würden sie dir dann ihren Namen nicht geben. Mhm. in Kontakt bleiben. Oft ist das per E-Mail, ja. Das ist klar. Diese E-Mail-Newsletter sind eine Möglichkeit, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Und dort stehen ja dann auch jeweils Angebote drin. Ja, du machst ein bisschen Content-Marketing, also lieferst ihnen Inhalte, Nutzen, aber auch die Möglichkeit, tiefer zu gehen, indem sie zum Beispiel einen Kurs besuchen. Also ich kann das wärmstens empfehlen. Wir haben auch Veranstaltungen gemacht mit Krankenversicherungen, kostenlos, wo wir 30, 50, 100 Leute im Saal hatten. Ich erzählte was über das Thema von mir, Schmerzen, Blockaden lösen, gesund zu sein, um eben Interesse zu wecken. Dabei lernt man ja auch den Redner kennen, den Coach kennen oder jetzt bei uns im Beispiel den Darren kennen und kann sehen, ist mir der sympathisch oder nicht. Glaube ich dem das? Und wenn ich dann was erhalte, das mir genau das liefert, was ich ja möchte, super. Und wenn ich die Mail-Adresse dann habe als Veranstalt, ist es wichtig, weil manchmal kaufen die Leute Jahre später oder erst Jahre später kommt das Problem. Ja, also ich hatte schon Kunden, die sind neun Jahre, nachdem sie auf meiner E-Mail-Liste gelandet sind, haben sie dann was gekauft. Ja, aber sie waren immer in Kontakt mit dir, sie sahen, wie du gewachsen bist, was du tust und plötzlich klickt. Deshalb ist es so wichtig, Mail-Adressen zu haben. Ja, unbedingt. Ja, das sind dann eben die Leute, die auch was von dir hören wollen. Ja, die sind ihr gegenüber offen. Dann sind sie diejenigen, die das E-Mail auch aufmachen. Jetzt neuerdings hat Darren Weigen Corona-Webinare gegeben. Er hat angefangen, Webinare zu machen, online, weil live konnte er nichts mehr machen, das ging ja uns allen so. Ja, und in diesem Zusammenhang empfiehlt er das Buch Expert Secrets von Russell Brunson, um genau zu wissen, wie man eben so ein Webinar aufbauen soll. Also auch wieder hier so ein Prozess, wie sieht der Prozess aus, damit das Webinar dann funktioniert und auch verkauft. Dass es mindestens, wenigstens die E-Mail-Adresse abruft. Respektiv, dass die Leute ihm dann die E-Mail-Adresse geben und dass du sie benutzen darfst. Ja, ja. Wir müssen das Was vermitteln, sagt Darren, aufgrund auch der Empfehlung von Russell Brunson. und hier ist es, woran sie arbeiten müssen und dann verkaufen wir ihnen das Wie. Also erst das Was vermitteln. Darren hat lange gesagt, wie es geht in den Webinaren, dann waren die Leute satt. Ja, die sagen, naja, jetzt weiss ich, wie es geht. Super, danke. Ja. Alles gratis, wunderbar, jetzt brauche ich ja nichts mehr. Und jetzt neuerdings vermittelt er eben nur das Was man können muss und dann das Wie. Wenn Sie das wissen wollen, dann bitte hier anmelden, dieser Kurs findet dann statt. Oh, super. Da hast du ein Beispiel dazu. Ja, also Darren gibt da ein paar Beispielsätze. Wie zum Beispiel sagst du am besten, in den nächsten 59 Minuten, das ist natürlich scherzhaft, statt 60, in den nächsten 59 Minuten werden Sie drei Geheimnisse erfahren. Und er so, ja, erzähl, was sind die Geheimnisse? Und dann erzählt er eben, was diese Geheimnisse sind. Und wenn man diese dann umsetzen, lernen will, dann geht man in seinen Kurs. Oder dann, okay, nach den 59 Minuten, okay, war das hilfreich? Und wenn die dann alle Ja gesagt haben, also er holt eine Bestätigung, eine Anerkennung ab, im Chat normalerweise, ja, schreib in den Chat rein, wenn das hilfreich war für dich. Dann sagen die alle Ja, oder mindestens viele werden dann hoffentlich Ja sagen, oder das ist das Ziel. Und dann zu sagen, wäre es in Ordnung, ihnen zu sagen, wie sie mehr von uns lernen können, wenn sie daran interessiert sind. Nochmal eine öffnete Ja-Frage. Okay. und dann werden viele dann sagen, ja klar, oder jetzt hat er da 60 Minuten was Gutes gebracht. Ja, also klar will ich wissen, wenigstens, was könnte man denn noch machen? Und vierter Schritt ist dann, wartet er, bis jemand etwas sagt. Okay. Also er hält die Klappe. Mhm. Bewusst still. Ja. Also er stellt die Frage, wäre es in Ordnung, ihnen zu sagen, wie sie mehr von uns, von uns, weil er ja mit Partnern zusammenarbeitet, ja von uns lernen können, wenn sie daran interessiert sind. Und dann hält er die Klappe, bis einer Ja sagt. Und das ist manchmal unangenehm. Ja, ja. Aber sobald er dann die Erlaubnis hat, sagt er, hey, wir haben dir 60 Minuten Inhalt versprochen, du hast ihn bekommen, diesen Inhalt. Mhm. Ich kann dir in einer Stunde nicht alles über das Speaker-Business beibringen, aber ich kann dir weitere Geheimnisse vermitteln, die du noch nicht kanntest. Mhm. Und dann so, ah ja klar, ich will noch weitere Geheimnisse haben, ist dann die normale Reaktion, oder? Oder für viele wird es die Reaktion sein. Und wenn Darren jemanden dazu bringen kann, eine volle Stunde mit ihm und einigen seiner anderen Trainer zu verbringen, lernen sie ihn und den Trainer kennen. Ja, absolut. Das haben wir vorhin schon erwähnt. Das ist wertvoll. Ja. Du merkst auch sofort, ob du dessen Stimme magst oder nicht. Mhm. Das finde ich so krass bei Hörbüchern. Ja, ich habe einen ganz tollen Autor, den habe ich gelesen, ein amerikanischer Autor, der hiess, ja, der Name ist mir im Fall, aber sensationelle Bücher hat er geschrieben. Die Titel sind Alaska oder The Covenant, etc. Also so tolle Romane mit geschichtlichem Hintergrund. Das könnte so gewesen sein und dabei lernst du vieles über die Weltgeschichte kennen. Oder die Caribbean, da wird beschrieben, wie die Spanier nach Südamerika sind und die Mayas und die Inkas ausgeraubt haben, was da passiert ist. Und dann kam da der Jack Morgan mit seinem Piratenschiff und hat eben das Gold weggenommen. Die englische Krone hat dann nachher seinen Prozentsatz gekriegt, weil sie dem Jack Morgan das erlaubt haben. All diese Sachen, weisst du? Also hochspannend. Und ich so, cool, das gibt es auf Hörbuch bei Audible. Audible.de. Hör ich mir an, habe ich eins runtergeladen und dann die Stimme des Redners hat mir so nicht zugesagt. Das war also krass. Dann ist auch der Inhalt plötzlich nicht mehr spannend, gell? Ja, ich konnte nicht zuhören. Oder ich kann dem nicht zuhören, wer das reingesprochen hat. Dann habe ich freundlicherweise das wieder zurückgegeben, dass du Audible erlaubt hast. Dann kann man das Buch zurückgeben und nimmst was anderes. Aber nur zu sagen, also die Stimme ist da ganz wichtig und deshalb, die, die dann sich eintragen in deinen Newsletter, in deine Liste, das sind diejenigen Leute, die dich gerne hören. Natürlich. Die sind dann Fans, werden Fans von dir. Das ist dann deine Herde. Your tribe, wie sie es auf Englisch so schön sagen. Deine Herde, deine Fans. Die Menschen werden dich spüren, oder? Ja. Und Darren empfiehlt, in diesem Zusammenhang so zu unterrichten, so zu sprechen, als wäre es das letzte Mal. Oh, okay. Und die Leute werden es spüren. Also Darren ist einer, der mit sehr viel Energie spricht. Ja. Also der hat, ich nenne es amerikanische Power, das ist so dieses, ja, jetzt mach vor. Ja, uns kommt es oft übertrieben vor. Ich habe auch ein bisschen diese Tendenz, dass ich sehr stark drücke, weil ich möchte ja, dass der andere besser unterwegs ist in Zukunft. Ja, es machen wir auch ein bisschen zu viel. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es schon eine interessante Überlegung, eben so zu sprechen, als wäre es das letzte Mal. Okay. Da hast du ein bisschen, da spüre ich mehr Energie. Mhm. Ja, und seiner Meinung nach ist das der Schlüssel, um mehr zu verkaufen. Okay. Das Emotionale auch vielleicht ein bisschen. Ja, ja. Ja, absolut. Und wenn er dann eben 60 Minuten mit ihm gesprochen hat, dann besteht viel die grössere Chance, dass jemand kauft. Mhm. Okay. Nach den 60 Minuten empfiehlt Darren einen 30-minütigen Pitch anzuhängen, dem Webinar, bei dem du alle Ziele und Einwände behandeln kannst. Mhm. Ja, da wird es dann auch interaktiv. Mhm. Und auf einer Verkaufsseite, auf deiner Webseite ist nichts interaktiv. Nein. Ja, und das ist eines der grossen Vorteile von Webinaren. Und das hat mir schon Thomas Stahl empfohlen, schon x-mal, ja. Und ich war immer noch zu faul, so ein Webinar zu machen. Ja, Nui, jetzt hast du noch mal diesen Podcast hier, das wird dich jetzt motivieren, um vielleicht es zu tun, wenn die Zeit reif ist. Ja, ja. Ja, absolut. Ja, ja. Und Darren empfiehlt dann, die Liste der Einwände aufzuschreiben. Mhm. Warum sollten die Leute deinen Kurs nicht kaufen? Okay. Und dann, wenn du die Erlaubnis von den Zuhörern des Webinars erhalten hast, arbeite einfach diese Liste der Einwände ab. Mhm. Ja, um zu sagen, weshalb, dass eigentlich dieser Einwand gar kein richtiger Grund ist, um eben nicht zu kaufen. Mhm. Was hat denn der am meisten geholfen in der ganzen Geschichte hier? Ja, und jetzt kommen wir auch wieder etwas, was wir richtig machen, Bruno. Ja. Er sagt, es hilft enorm, einen Co-Moderator oder einen Co-Coach zu haben. Okay. Jemand, der dich unterstützt. Mhm. Super. Also sei nicht allein, mach es zusammen. Ja, dann hast du ein Gespräch, der andere kann etwas ergänzen, er kann mal eine Frage stellen, der andere kann im Chat drin schauen, was passiert, und wieder dieses Szenario vom Webinar anschauen. Oder eben auch, nur schon jetzt, du und ich, die Stimme wechselt ab. Das ist viel spannender, besser wäre natürlich, jemand wäre eine Frau und ein Mann, oder nicht? Nicht unbedingt. Kannst du nicht ein bisschen höher sprechen? Nee, also, kann sein. Nein, die Interaktionen stimmen. Müsste man überlegen. Also, ja, diese kleinen Videotipps, die ich jetzt aufgenommen habe im Hinblick auf besser pitchen, das ist mit einer Frau. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, wie du da... Das ist visuell wahrscheinlich noch mal interessanter, weil rein visuell bin ich ja als Mann mit Glatze vielleicht nicht derjenige, der jetzt hier George Clooney-Qualitäten an den Tag legen kann. Okay. Aber, ja, müsste man sich überlegen. Ich weiss es nicht, ob das entscheidend ist, aber entscheidend. Oder was besonders viel hilft, wenn da eben jemand Zweiter ist, ob Mann oder Frau. Ja, und es gibt noch einen Tipp 2, da geht es nämlich um Deadlines, und das möchte ich ein bisschen vorgreifen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, und da hat der Verlag mir auch eine Deadline gesetzt, und das ist unfassbar, was du da an Kraft mobilisieren kannst, wenn es um eine Deadline geht. Also, was hat es sonst noch für Vorteile, Thomas? Ja, also es geht auch hier Tipp 2 von Darren, um darum, mehr zu verkaufen. Er sagt, Deadlines sind mächtig, nutze sie zu deinem Vorteil. Bei ihm geht es natürlich jetzt um andere Deadlines, nämlich, wenn, warum? Anmelde-Deadline. Genau. Ja, also, bis wann musst du dich anmelden, damit du den Frühbuchrabatt kriegst? Okay, ja. Und jetzt, in seiner Erfahrung ist es so, dass am letzten Tag, am Tag, an dem die Frist abläuft, erhält der die meisten Anmeldungen. Und das macht er mit einem E-Mail-Countdown. Also, unter dem Motto, hey, jetzt hast du noch 24 Stunden, den Rabatz gibt es noch zwei Stunden, und übrigens jetzt nur noch eine. Und schwupp. Und schwupp. Die Leute wollen es haben. Das ist ein Phänomen, das wir auch machen bei uns. Wir machen eine Verknappung von gewissen Veranstaltungen. Das ist organisatorisch, aber wichtig. Ist auch so. Und wenn wir diese Verknappung nicht machen würden, habe ich den Eindruck, das wäre mässig, und so sind wir immer ausgebucht. Also, es ist fantastisch. Deadlines sind wundervoll, wertvoll, machtvoll, kann man schon fast sagen. Absolut. Und so haben viele potenzielle Kunden sofort dann die Motivation zu buchen. Sehr schön. Und das wünschen wir natürlich allen, weil wir wollen alle im Business sein, Business ausbauen, mehr Leute erreichen, mehr Leuten einen Nutzen bringen. Und wenn die nicht buchen, dann geht das nicht. Nein. Also, die Frage war zu Beginn, reden ohne Honorar. Das können wir eindeutig bestätigen. Ja, diese zwei wertvollen Tipps, nehmen wir mit für den Alltag von der Ausgabe 91. Lieber Thomas, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin fantastische Deadlines. Und ich versuche mir gerade zu überlegen, ich habe da schon eine Idee, wo ich die nächste Deadline setze. Also, bis bald. Ja, ciao Bruno und viel Erfolg beim Füllen deiner E-Mail-Liste. Das war der Podcast Top-Rennen-Tipps aus den USA. Bruno Erni und Thomas Skipwith. Dies nove customized. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.